Das beste Beispiel sind immer Instagram Reels, da kann man mit Daten hin und her analysieren, was jetzt besonders gut funktioniert und was nicht und dann hat man auf einmal irgendwie ein Video, wo man denkt, das ist jetzt nicht toll aufbereitet, das hat keine hohe Qualität, aber das funktioniert so gut, dass es 11 Millionen Klicks hat. Und das ist auch das Besondere, wir wollen einen sogenannten Home-Off-Ansatz abbilden, also die Idee ist, dass wir das Zuhause des Handballs sind, das wollen wir auch für andere Sportarten tun. Aus dem Fußball kennt man es eher, dass man sich ein bisschen darüber ärgert, okay, das läuft jetzt bei dem, das läuft bei dem, das läuft bei dem. Der aus einer Fansicht ist es besonders schön, wenn alle Inhalte auf einer Plattform laufen und deswegen macht es großen Sinn, diese Sportarten auf einer Plattform zu bündeln. Mit dem lieben Marcel spreche ich hier in der heutigen Folge zum Thema Dein Media. Wie baut man einen Streaming-Dienst auf? Auf was muss man dabei achten? Wie kann man die ganzen Mehr- und Realtime-Daten nutzen, um wirklich Entscheidungen zu treffen? Hört euch die Folge an. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Am Anfang der Hinweis, in Farbe gibt es das ganze Teil auch auf Spotify oder wenn ihr wollt und irgendwie mit Apple Podcasts oder Co. hört und dann geht ihr auf YouTube, könnt ihr mich auch einmal und den Gast auch vor allem in Farbe sehen. Ansonsten, warum ist der liebe Marcel heute hier und was zeichnet ihn aus? Dein Media, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ist ein Sport-Streaming-Dienst, jetzt habe ich es, der jetzt über ein Jahr live ist, über 2500 Sendungen ausgestrahlt hat, über 500 Millionen Views im TV erreicht hat. Ich hoffe, ich habe alle Kennzahlen wiedergegeben. Und für mich, vor allem, der jetzt die letzten anderthalb Jahre ein bisschen im Medienbereich gearbeitet hat, ist total spannend zu sehen, wie baut man das auf und auf was muss man da achten? Auf was kommt es am Ende drauf an? Wie kann man vielleicht auch Daten nutzen, um das Thema zu skalieren? Weil der liebe Marcel ist Chief Operation Officer. Also sieht die ganzen Themen doch nochmal aus einem Blickwinkel, wo es drauf ankommt, die Sachen auch wirklich abzuliefern. Hi. Hi Jonas, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich ein bisschen was über Dein und Data bei Dein erzählen darf. Du hast es richtig ausgesprochen. Ja, cool. Das ist ja immer die Angst, Namen nicht richtig auszusprechen und dann am Ende irgendwie zu vergessen, wer neben einen sitzt oder die Firmennamen zehnmal falsch sagt und der Gast dann irgendwann nach dem Podcast sagt, im Übrigen, den hast du falsch gesagt. Cool. Habe ich was vergessen bei der Einleitung? Wir sind ein Streamingdienst für Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis und Feldhockey und jetzt seit einem Jahr live. Wir bauen das Ganze auf, versuchen langfristig Sportarten präsenter und populärer zu machen. Denn wir glauben, dass Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis, Feldhockey nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die sie verdient haben. Gerade ist eigentlich das beste Beispiel dafür. Olympia gucken alle, alle lieben es. Aber die Nationalen liegen, glaube ich, können da noch einen Schritt nach vorne machen. Ja, fairer Punkt. Das heißt, es ist, im Vorgespräch haben wir so ein bisschen gesprochen, habe ich gesagt, das ist ja schon regional leer oder regional, aber viele Themen, Bundesliga, ist es auch natürlich national im Sinne von, alles ist vertreten. Ja, definitiv. Also es hat ein nationales Interesse. Die Erntball-Bundesliga, die Basketball-Bundesliga, auch alle weiteren Sportarten, die wir haben, das wird bundesweit verfolgt. Das sehen wir auch, können wir auch über das Thema Daten sprechen. Wir können genau gucken, wo eigentlich die Leute gerade zugucken. Das ist nicht nur in den einzelnen Regionen so. Aber klar, wir haben auch Bad Königshofen oder Vereine, die jetzt vielleicht in kleineren Ortschaften sind und dass gerade solche Vereine auch sehr regional verankert sind und auch eine Identität stiften. Das ist ein besonderer Bestandteil unserer Sportarten und auch unserer Clubs, die wir übertragen dürfen. Cool. Wie muss ich mir vorstellen, euer Konzept ist auf Basis von Abos, Subscription. Wie werde ich auf euch aufmerksam? Also wir sind ein Streaming-Dienst. Wenn ich Fan vom THW Kiel, SC Magdeburg oder von Ratio Farm Ulm bin, das sind Handball- und Basketball-Vereine, dann wird man in dem Sinne auf uns aufmerksam, weil ich nirgendwo anders die Spiele verfolgen kann. Okay, Exklusivität, ja. Genau, wir haben Exklusivität. Wir sind überall aufzufinden, ob das jetzt irgendwie über Browser ist, über Google etc. Aber wir machen auch aktiv Werbung in Print, Online, TV, Radio, Out-of-Home-Werbung und versuchen so einfach Sportbegeisterte dann am Ende auch zu Abonnenten von deinen zu machen und denen unsere Sportarten näher zu bringen. Cool. Und ich schließe ein Abo ab über meine Sportart, über alles. Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also es ist wirklich sehr vergleichbar zu einem DAZN-Abo oder einem anderen Streaming-Dienst. Ich schließe ein Abo ab, entweder ein Jahres- oder ein Monats-Abo und dann bekomme ich Zugang zur kompletten Plattform. Also ich kann alle Sportarten, die auf unserer Plattform verfügbar sind, schauen. Es sind halt eben, wie gesagt, in der Saison 2500 Live-Spiele ungefähr. Es ist auch wahnsinnig viel andere Content-Formate. Also wir haben auch On-Demand-Formate wie Magazine, Highlight-Berichte oder andere. Man kann die Spiele auch im Real-Life gucken. Also wir sind am Ende ein Streaming-Dienst. Nur eben mit den Sportarten und die Weise der Sportarten ist jetzt nicht typisch zu Person. Nische ist vielleicht der falsche Begriff, aber spezieller. Genau, ein Nisch-Streaming immer schwer, weil das ist nicht so, sondern eigentlich bieten wir sozusagen breiten Sportangebote ab. Und in der Tat sind wir auch damit angetreten, dass wir alle Sportarten abseits des Fußballs anbieten wollen. Warum? Und das ist keine Nische. Genau, das ist gar keine Nische. Olympia ist das beste Beispiel. Und zum Beispiel haben wir auch die Handball-EM übertragen in voller Gänze. Das war im Januar hier, auch unter anderem in Düsseldorf und in Köln, Berlin. Das begeistert die ganze Nation. Und man muss dazu sagen, dass wir eigentlich alles abdecken darüber und eben auch über diese Sportarten in Gänze berichten. Also es ist natürlich eine Live-Berichterstattung. Das ist besonders wertvoll für einen Fan vom THW Kiel. Ich will halt die Spiele sehen, aber wir erzählen eben auch in Magazinformaten oder in anderen Formaten, was jetzt gerade abseits des Feldes passiert oder worauf man sich am nächsten Spieltag besonders freuen kann oder machen Taktikanalysen oder berichten auch mal über Fan-Züge, die dann irgendwie von einem Ort in den anderen Ort eine Auswärtsfahrt begleiten. Und insofern haben wir da ein breites Spektrum an Medienberichterstattung. Cool. Sehr spannend. Der große Unterschied von Streaming-Diensten ist, dass ihr ja sehr viel Neartime- oder Realtime-Data habt. Werbefinanziert ist er ja nicht. Also ist nicht Werbung drin? Doch. Also unser Hauptmodell ist eben Abos, was du gerade angesprochen hast. Das ist so unsere Haupterlösquelle. Wir haben aber auch Einnahmen durch Werbung. Also auch wie im klassischen TV-Werbung in Halbzeiten oder in der Vorbericht- oder Nachberichterstattung ist das integriert oder in Sponsoring-Formaten. Also wir machen auch mit einzelnen Partnern wirklich tiefen Integration. Und zusätzlich haben wir noch ein paar weitere Erlöse durch Supplizenzen. Aber im Großen und Ganzen geht es um Abo- und Werbeerlöse. Cool. Wie muss ich mir die Infrastruktur vorstellen? Welche Daten gibt es alles? Wo fließen die circa so ein? Um das mal ein bisschen zu erklären. Und was wertet man davon? Wertet man was Realtime aus oder Nealtime? Ja, das tun wir tatsächlich. Also wir haben eigentlich unterschiedliche Anwendungsfälle für Daten. Das eine ist natürlich ganz klar im Umgang mit Kundendaten. Also wenn man bei uns abonniert, dann muss ich angeben, genau, ich bin der und der Kunde. Das sind meine E-Mail-Adressen. Ich muss Payment-Daten angeben. Das muss auch eingebunden werden. Das ist irgendwie ein ganz wichtiger Anwendungsfall. Wir haben natürlich interne Daten zur Optimierung zum Beispiel unserer Marketing-Kanäle, wo wir tracken, okay, wie werden unsere Wärmmittel ausgespielt? Welche performen gut? Welche performen schlecht? Was können wir besser machen? Wie funktioniert auch die Conversion am Ende? Welche Kanäle sind gut? Welche sind schlecht? Und wir haben zusätzlich auch noch das ganze Thema Reichweiten. Also in der Art und Weise reporten wir ja über, wie viele Menschen eingeschaltet haben, wie hoch das Interesse ist, nicht nur in der Live-Berichterstattung, auch über Social Media und über unsere Medienpartner. Also wir werten auch aus, wie am Ende unsere Lizenzbilder. Also wir kaufen ja Lizenzbilder ein, wie die auf anderen Kanälen performen, beispielsweise auf dem ARD Sportschau Instagram-Kanal. Und in der Tat bei Reichweiten ist es so, dass wir da wirklich Near-Live bzw. Live-Data haben. Also wir sehen ganz genau, wie viele Menschen gucken gerade jetzt in diesem Moment diesen Stream. An welchem Ort gucken die? Wird das gerade verfolgt? Und wann schalten sie aus? Also das können wir ganz genau runter tracken. Gibt's da, also das sind ja sozusagen die Daten, welche Insights und welche Ableitungen trefft ihr da? Ich finde es total spannend, weil Live-Daten, gibt's ja wenig Cases, die das gut umsetzen. Streaming ist so hausaus typisch, man braucht's. Aber was macht man damit? Also man würde jetzt zum Beispiel sehen, meine Vermutung, du siehst irgendwie Realtime, du siehst, dass die Leute nach zehn Sekunden wieder wegschalten, als Beispiel, oder ausschalten. Gibt's da draus, gibt's dann Alert und irgendwelche Maßnahmen werden getriggert oder guckt man sich das eher später nochmal an? Ja, also wir nutzen Video-Analytics-Tracking, das ist sozusagen für die Live-Ansicht N-Paw. Und da sehen wir ganz genau einerseits, wie viele Menschen sind gerade drin, aber auch Error-Raten. Also wir schauen sozusagen, ist die Stream-Rate gerade in der Bitrate, dass es keine Fehler entstehen. Wir sehen auch sowas wie Abbruchquoten. Also ob ein Stream jetzt bei einem bestimmten Person abgebrochen wurde, aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich sogar aus dem Fall, dass es halt jetzt gar nicht gewollt ist vom Fan oder vom Zuschauer. Und da gibt's dann tatsächlich Alerts. Also wenn bestimmte Abbruchquoten Prozentzahl über überschreiten, also wenn's über fünf Prozent geht, dann ist direkt bei uns sozusagen sehr viel los, weil dann alle alarmiert werden und dann muss man irgendwie einschreiten. Passiert Gott sei Dank nicht so häufig. Aber dann sozusagen Error-Raten und Bit-Raten werden darauf geschaut. Wir schauen aber auch drauf, wie ist der Audience-Flow. Das wird spannend. Was verbirgt sich dahinter? Also im Endeffekt, wie viele Zuschauer schalten zu welchem Moment gerade ein? Und wir werten das auch für unsere Redaktion, auch im Nachgang aus, aber auch in der Abstimmung für Spielpläne beispielsweise. Wie setzen wir das eine Spiel an? Wie kommen dann irgendwie auch andere Spiele zustande? Weil wir natürlich wollen, dass Zuschauer möglichst lange dabei bleiben. Also wir wollen ganz gerne, dass der Zuschauer die Möglichkeit hat, an einem Wochenende oder unter der Woche möglichst viele Spiele zu verfolgen. Und es ist oft einfach so, wenn man irgendwie ein gutes Spiel hat und danach kommt ein weiteres gutes Spiel, dass die Zuschauer umschalten, dranbleiben und auch nochmal das weitere Spiel gucken. Also das, was man eigentlich im linearen TV hat, dieses man hat eine Werbung und ist dann vielleicht weg, weil man irgendwie dann doch auf einem anderen Kanal sitzt, wollt ihr versuchen zu minimieren? Man guckt das Erste, gibt vielleicht eine kleine Übergangszeit und wie kriege ich die Leute dann im Stream gelassen? Genau, also im TV ist es ja typischerweise so, dass sich irgendwie auch eine Sendung endet und dann fängt direkt die nächste an und ich habe dazwischen keine Werbung, weil ich den Audience-Flow aufrechterhalten will. Ich will nicht, dass die Leute abschalten. Das haben wir natürlich nicht ganz so klassisch, weil wir haben einen Streaming-Dienst, also man muss nochmal den Stream wechseln. Aber die Leute informieren sich eigentlich darüber, okay, ich gucke eigentlich gerade Wetzlar gegen Göpping und da läuft jetzt aber noch Kiel gegen Flensburg und das ist eine spannende Partie und da schalte ich jetzt mal rüber. Und das können sie alles auf der Plattform ganz einfach und intuitiv machen. Und gerade wenn, wir haben ja Sportarten, das ist sehr besonders, das ist nicht so wie Fußball, wo man im Endeffekt 90 Minuten darauf wartet, passiert jetzt was Spannendes oder nicht. Man kann anhand des Spielverlaufs sehr gut sehen, wird das jetzt hinten raus sehr spannend oder nicht. Also im Handball ist das so, dass es sehr gut sein kann gegen Ende, also die Partie endet nach 60 Minuten und am Ende, wenn es halt relativ ähnlich steht, dann wird es sehr, sehr spannend am Ende, weil das letzte Tor entscheidet alles, über eine Sieg, Niederlage oder Unentschieden. Und die Tore fallen da viel schneller. Fallen viel, viel schneller. Und das sehen wir auch im Verhalten der User, dass die, wenn der Spielverlauf spannend ist, dass die dann aktiv umschalten. Auch wenn ich Fan irgendwie vom SC Magdeburg bin, aber ich habe vielleicht eine Partie als SC Magdeburg-Fan, die ist dominant. Da bin ich schon durch, mehr oder weniger. Und ich sehe, mein direkter Konkurrent Kiel strauchelt gerade gegen Eisenach. Dann schalten Fans aktiv um. Und das seht ihr in den Daten und werdet ihr dann auch aus und bewertet es auch in der Redaktion? Werden wir aus. Und das ist auch das Besondere. Wir wollen einen sogenannten Home-Off-Ansatz abbilden. Also die Idee ist, dass wir das Zuhause des Handballs sind. Das wollen wir auch für andere Sportarten tun. Warum? Weil genau dieser Effekt, dass ich ein Spiel gucke und mich dann aber auch für andere Spiele oder andere Mannschaften innerhalb dieser Sportart und innerhalb der Liga interessiere, ist sehr, sehr groß. Das sehen wir auch. Und deswegen versuchen wir, das möglichst zu vereinen. Also aus dem Fußball kennt man es eher, dass man sich ein bisschen darüber ärgert, okay, das läuft jetzt bei dem, das läuft bei dem, das läuft bei dem. Der aus einer Fansicht ist es besonders schön, wenn alle Inhalte auf einer Plattform laufen. Und das ist gerade für unsere Sportarten sehr gut, weil wir die Aufmerksamkeit und die Reichweiten steigern wollen. Und deswegen macht es großen Sinn, diese Sportarten auf einer Plattform zu bündeln. Ja, fair. Nutzt ihr dafür ein Analytics-Tool, du hast ja gerade den Namen gesagt, das extern ist, oder habt ihr eine eigene Architektur dafür gebaut und habt ein Visualisierungstool drüber? Das hört sich nach extern an. Das ist ein externes Tool. Wenn ihr gar nichts mit eurer Datenlandschaft zu tun habt. Nee, genau. Und extra für Streaming. Also das Schöne am Startup ist ja immer, dass man auf einer grünen Wiese anfängt. Also man hat nicht sozusagen irgendwie Architektur oder bestehende Dienstleister oder Legacy, worauf man aufbauen muss, sondern wir konnten uns von Anfang an mit der Datenstruktur auseinandersetzen. Und unser CEO Andreas Haien, der war da auch sehr bedacht drauf, dass wir uns da wirklich explizit Gedanken drüber machen, wie soll das eigentlich aussehen? Und in der Tat ist es so, dass wir jetzt für Video Analytics explizit Endpore nutzen, also einen externen Dienstleister. Aber auch bei allen anderen Themen haben wir uns darüber gedacht, okay, was ist eigentlich, wo kommen die Daten her? Und wie können wir sie dann irgendwie zentral sammeln im Data Warehouse? Aber ihr habt ein eigenes Data Warehouse. Genau, also wir nutzen Snowflake als Data Warehouse. Da wird alles gesammelt. Und dann haben wir verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten für die Anwendungsfälle, weil das ja je nach Fachbereich dann auch doch sehr unterschiedlich ist. Wie viele Mitarbeiter seid ihr? Wir sind jetzt 70 Mitarbeiter ungefähr. Und wie viele Analytics Tools? Weil wie spannend ist, also das ist ja eigentlich der Case, wo man darüber schimpft, dass Legacy oder alte Unternehmen, ältere Unternehmen, mehrere Visualisierungstools. Du sagst jetzt gerade, ihr habt mehrere, seid als Startup ja bewusst diese Entscheidung eingegangen. Warum? Ja, also unser Hauptvisualisierungstool für interne Zwecke, also Aufbereitung von Conversion Rates oder von auch Marketingdaten etc. ist Power BI. Also wir visualisieren das alles mit Power BI. Nicht wirklich fancy in dem Sinne. Nö, aber es reicht. Ja, und vor allem, man kann damit sehr viel und alles abbilden in seinen eigenen Dashboards und das selber strukturiert aufbauen. Und nicht alles muss fancy sein? Nicht alles muss fancy sein. Bei Video Analytics ist es so, das kann Power BI nicht abbilden. Deswegen nutzen wir da so ein Vollends-Tool mit Endpower, was uns das wirklich sehr detailliert wiedergibt. Wir machten auch über die Reichweiten hinaus nochmal eine Datenvalidierung. Das machen wir auch mit dem externen Anbieter Global MMK, weil aus dem TV kennt man, dass das Zuschauerzahlen nach AGE-Logik bemessen werden. Und dass wir da einheitlich sind und wirklich auch, das machen wir nochmal mit dem externen Insleister zusammen. Das heißt, die ganzen Subscription-Daten, Abo-Daten laufen auch in Snowflake ein. Was sind so Use Cases, die ich mir vorstellen muss? Ich glaube, eine Churn-Rate ist ein wichtiger Punkt. Kannst du uns zum Case abholen? Weißt du, welche Daten da alle angewendet werden, wie ihr sowas baut? Genau, also im Endeffekt, die Daten an sich sind relativ einfach. Als Abonnent interessiere ich mich dafür, wie viele Abonnenten haben wir, in welchem Modell, Jahres- oder Monats-Abo, was sind unsere Customer Acquisition-Kosts, was ist eine Customer Lifetime-Value, wie entwickeln sich Churn-Raten, wie entwickelt sich irgendwie der Abo am Ende, der über einen Abonnenten kommt. Das sind sehr zentrale KPIs. Wichtig und viel tiefer gehend ist es dann, wenn man dann in die Kohorten reingeht. Also damit wir wachsen, damit wir wirklich analysieren können, wo sind Potenziale für uns, wie verhalten sich auch verschiedene User, bilden wir Kohorten ab. Und das ist total unterschiedlich. Also man kann ja Kohorten abbilden nach Zeitraum, wann ist jemand dazugekommen. Ich kann Kohorten abbilden nach zum Beispiel Modell, also Jahres-, Monats-Abo. Ich kann Kohorten abbilden, über welchen Kanal sie gekommen sind, Marketing-seitig. Ich kann Kohorten abbilden, über welches Endgerät sie schauen. Also schauen sie über ein Smartphone, schauen sie über Smart TV, schauen sie über Panasonic, Samsung. Ich kann aber auch Kohorten abbilden darüber, ist es eigentlich ein Handball-Fan, Basketball-Fan? Ist es jemand, der beide Sportarten guckt? Ist es jemand, der alle fünf Sportarten guckt? Ist es jemand, der nur ab und zu kommt, also der vielleicht zweimal im Monat kommt? Oder ist es jemand, der Hardcore-Fan ist und mehrere Stunden im Monat guckt? Also so clustert ihr? So clustern wir und so versuchen wir Kohorten zu verstehen, damit wir besser mit denen in Kontakt treten können. Bietet ihr denen individuell was dann an? Also das sind ja immer erstmal die Insights aus den Daten. Was macht ihr damit? Also im Endeffekt nutzen wir es in erster Linie da, um unsere Abonnenten besser zu verstehen und es dann fürs Marketing richtig einzusetzen. Einerseits im Marketing für wirklich Gewinnung neuer Abonnenten. Auch zu verstehen, wenn das jetzt ein Fan ist, Hardcore-Fan, kommen die tendenziell eher aus den Kanälen, kommen die aus den Kanälen oder aus anderen Kanälen. Wir tun es natürlich auch in der Churn Prevention. Also wie sprechen wir den Kunden an? Wann er sein Abo verlängern möchte? Wollen wir ihn wieder ins Produkt bringen? Auch solche Themen, wie wenn wir Kunden sehen, die bisher ihr Produkt nur auf dem Laptop oder auf dem Smartphone nutzen, dann adressieren wir sie explizit und weisen darauf hin, dass wir neue Smart-TV-Endgeräte hinzugefügt haben. Weil wir wissen, wenn jemand die Deine-App auf seinem Smart-TV installiert hat und es auf mindestens zwei Geräten nutzt, ist die Wahrscheinlichkeit des Erchirnt um ein Vielfaches geringer. Deswegen adressieren wir dann den Kunden direkt damit. Und sagen, installierst du ja aufs zweite Gerät. Genau. Und wir wissen ja, wenn jetzt Volleyball-Fans, dann geht es immer in Liga starten los, dann können wir gezielt Volleyball-Fans ansprechen. Jetzt geht wieder der Liga starten los. Schalt doch mal wieder ein. Du kannst unterwegs gucken und auch zu Hause. Wir wollen einfach schlichtweg, dass unsere Abonnenten das Produkt nutzen, aktiv nutzen. Ich glaube, Netflix hat das hervorragend vorgemacht, dass es keine gute Strategie ist, einfach Abonnenten als tote Basis zu erhalten, sondern dass man lieber aktiv mit Kunden kommuniziert. Und genau das tun wir auch anhand dieser Daten. Wenn du uns ein bisschen mitnimmst, ohne jetzt Details zu verraten, hast du für dich so ein Use Case, wo du so eine Erkenntnis aus den Daten genommen hast, die du nicht vermutet hättest? Also unsere allergrößte Überraschung war die Real-Life-Funktion. Wir sind immer auch ein neuer Streaming-Dienst. Vor zwei Jahren saßen wir da und haben uns überlegt, wie sieht eigentlich eine Streaming-Plattform aus und wie muss die funktionieren für den Endkunden. und dann haben wir überlegt, ja okay, so muss live und so muss der Player aussehen. Das sind die Buttons und Tabellen und Daten, Personalisierung etc. Jetzt sind wir schon beim Thema Produktfeatures. Entwickelt ihr auf Basis der Daten neue Features? Also erkennt ihr Trends und wie du jetzt gerade angesprochen hast, siehst du spezifische Kohorte, siehst du spezifische Zielgruppe, die irgendwie anders tickt und man geht dann darauf ein? Ja, also damit beschäftigt sich unser Product- und Tech-Team sehr intensiv. Was sind jetzt eigentlich die nächsten wertvollen Features? Und das ist natürlich immer so ein bisschen herantesten, weil anhand von Marktforschung, jemanden zu fragen, willst du das Feature haben? Das ist einfach schwer zu greifen für den Abonnenten, für den Fan. Wir sehen ja aber in den Daten, ob jetzt bestimmte Elemente sehr gut ankommen oder ob sie weniger relevant sind. Und zum Beispiel haben wir sehr früh in den Videoplayer Daten integriert. Also ich kann die Aufstellung sehen, ich kann sehen Statistiken über die Spieler, ich kann zum Beispiel im Handball Statistiken über den Torwart sehen. Ich kann auch vereinzelt reingehen, mir eine bestimmte Szene nochmal angucken. Das gab es vorher so noch nie für Handball und für Basketball. Aus dem Fußball kennt man das so ein bisschen, aber für unsere Sportarten gab es das in dem Umfang nicht. Und das zeigt, dass die Fans sich intensiv mit diesen Daten auseinandersetzen. Und das bestätigt eigentlich diese Hypothese, dass wir da auch weiter investieren werden. Also dass wir auch Spielstände etc. dann als Feature perspektivisch anbieten. Jetzt in der ersten Saison lag unser Fokus vor allem darauf. Und das ist einfach bei jeder Streaming-Plattform so. denen ist Stabilität und Empfangbarkeit besonders wichtig. Und darauf haben wir einen Fokus gelegt, also dass wir sehr stabil sind und dass wir auf möglichst vielen Smart-TV-Geräten sind. Wir kommen jetzt in die Phase, wo wir Product-Roadmaps machen mit Featuren und anderen Elementen. Ja, um sozusagen die Kundenzufriedenheit maximal hoch zu haben mit den Kernfunktionen. Ja, genau. Das ist das absolut Wichtigste. Ja. Cool. Was würdet ihr ohne Daten machen? Würdest du, würdest du deiner Meinung nach viel verändern? Schon gehässig, nachdem du jetzt so viel beantwortet hast, was ihr mit Daten macht. Aber kenne ich die Antwort. Aber glaubst du, man könnte es irgendwie anders lösen? Ja, wir hatten ja die große Herausforderung, dass wir komplett ohne Daten eigentlich starten mussten. Ja. Also das ist ja immer so im Start. Okay, wusste ich nicht. Von daher, okay, dann finde ich die Frage noch besser. Also, und vielleicht bei uns noch ein besonderer Fall, weil aus einem Klassischen oder andere Start-Ups machen ja auch sehr häufig entwickeln so einen MVP, der wirklich sehr, sehr rudimentär ist. Ja. Und den man innerhalb von irgendwie einem Monat auf die Beine stellen kann. Und dann werden irgendwie darauf basiert immer weiterentwickelt. Und wir hatten schon den Fall, dass wir Medienrechte erworben haben mit dem Erwerb von Medienrechten geht einher, dass wir eine Streaming-Plattform aufbauen, dass wir jetzt übertragen und dass Menschen das gucken können. So, und darauf haben wir den Fokus erstmal gelegt und mussten sehr viele Hypothesen treffen, was ist jetzt am Ende einem Abonnenten besonders wichtig. Da kam natürlich zugute, dass wir mit Christian Seifert einerseits einen Gründer haben, der sich im Sportumfeld sehr gut auskennt, mit Andreas Heiden, jemandem, der vorher bei der DFL Digital Sports wirklich auch in die Tiefe der Sportübertragung reingegangen ist. Und insofern haben wir da viele gute Hypothesen getroffen. Sicherlich auch ein paar, wo wir im Nachhinein drauf schauen und sagen, da lagen wir schlichtweg falsch. Ja, aber fair. Aber ich glaube, jetzt kann man das strukturierte Vorgehen viel besser mit den Daten in die Zukunft zählen. Ja, also inzwischen, es macht einfach mehr Spaß. In dem Sinne, ich bin selber ein total rationaler Mensch und lieb es mit Daten umzugehen. Und wir versuchen immer so datenbasiert wie möglich Entscheidungen zu treffen. Es geht aber auch nicht immer. Das muss man auch dazu sagen. Also wir reden auch viel über Marke. Das ist halt schlichtweg so. Und wie wir als Marke auftreten, wie wir deinen positionieren, wie wir unsere Sportarten auch in der Redaktion besser übermitteln, das kann man nicht nur anhand von Daten machen. Also ich glaube, wir sind schon beispielsweise auch in der Redaktion. Das ist jetzt, glaube ich, so ein Anwendungsfall. Der ist sehr spezifisch für uns. Da arbeiten wir auch mit Daten. Wir haben so eine Art Scorecard, wie wir einzelne Formate beispielsweise bewerten. Aber am Ende, gerade Redakteure, Sportjournalisten, die haben dann auch noch mal einen Einfall, eine Idee, einen Ansatz, den man nicht aus Daten hervorlesen kann und der auch nicht mit Daten begründbar ist. Und der kann am Ende viel wertvoller sein. Also das beste Beispiel sind immer Instagram Reels und der Folge. da kann man mit Daten hin und her analysieren, was jetzt besonders gut funktioniert, was nicht. Und dann hat man auf einmal irgendwie ein Video, wo man denkt, das ist jetzt nicht toll aufbereitet, das hat keine hohe Qualität. Das funktioniert. Aber das funktioniert so gut, dass es elf Millionen Klicks hat. Ja, ich glaube, was du ja auch gut rübergebracht hast, ist im Sport gibt es noch schon viele Emotionen und das musst du halt eben schaffen. Wenn du den richtigen Moment irgendwie auch nicht in guter Qualität den Moment einfängst, dann ist der Mehrwert, als da jetzt maximal viel voraus zu planen. Ja, das ist definitiv so und das, ehrlicherweise, ich liebe ich das auch, weil natürlich mag ich es auch gerne mit unserem BI-Team, mit dem Product- und Tech-Team, mit dem Marketing-Team wirklich tief in die Datenanalyse reinzugehen, aber genauso faszinierend oder fast noch faszinierender, finde ich, wenn ich unsere Redaktion sehe, wie die über ihre Sportarten berichten, erzählen, wie sie diskutieren und dann auf neue Ideen kommen, wie ich jetzt diese Sportarten nochmal anders erzählen kann und eben auch nicht nur über den Sport, also wir berichten natürlich sehr viel und sehr intensiv über den Sport und holen damit auch den Taktik-Nerd ab, aber wir wollen auch Geschichten abseits des Sports erzählen. Ja, fairer Punkt. Worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist so ein bisschen Organisation. Wie viele Leute habt ihr, die sich mit Data beschäftigen? Wir sind ein BI-Team und da haben wir vier Leute. Okay, aber also zentral. Also wir haben gesagt, die Daten sollen in der Verantwortung in den Fachbereichen liegen. Wie sie? Das heißt, das Marketing-Team, das Product- und Tech-Team ist eigentlich dafür eigenständig dafür zuständig, mit welchen Daten sie arbeiten, wie sie die Daten auswerten wollen und wie sie die Daten interpretieren. Aber wir haben ein zentrales Strategy- und BI-Team, nennen wir das, aufgebaut, das für jegliche Daten rund um ein Unternehmen zuständig ist, weil wir gesagt haben, es macht keinen Sinn, wenn sich alle damit auseinandersetzen, wie sieht ein Data Warehouse aus, was sind die besten Tools dafür, wie kann man dafür Dashboards in Power BI erstellen und aufbauen, sondern wir sagen eher, die Verantwortung liegt bei dem Head-of im Fachbereich und der stimmt das sozusagen mit dem Strategy- und BI-Team ab und die bauen das dann eigentlich so, dass sie in dem Fachbereich damit arbeiten können. Das heißt, der Fachbereich ist auch der verantwortlich für die Daten, stellt die Daten dann zentral zur Verfügung, die verarbeiten die und kommen wieder. Genau. Weil wir gesagt haben, es ist ja immer einerseits irgendwie, wie sieht die Architektur aus, wie funktioniert es im Unternehmen, wer ist organisationell verantwortlich, und am Ende auch, wie wird es gelebt. Also du hast mir das auch mal mitgegeben, also Datenstruktur, Organisationen und Kultur, ich höre auch aus deinem Podcast mal irgendwie heraus und wir wollen halt eine Kultur etablieren, dass man wirklich datengetriebene Entscheidungen trifft, dass man gerne über Daten philosophiert und deswegen haben wir gesagt, es kann nicht nur Aufgabe von BI sein, irgendwie Auswertungen und Analysen rumzuschicken, sondern die Analysen sollen auch aus den Fachbereichen selber kommen, weil wenn ich nicht anfange, mich mit Daten intensiv auseinander zu beschäftigen, dann werde ich nicht auf schlaue Lösungen kommen. Also Christian Seifert, unser Gründer, sagt auch immer so schön, wir haben sehr, sehr viele Daten, aber wir müssen daraus Insights gewinnen. Also es ist schön, wenn alles visualisiert ist und wir irgendwie rauf und runter Charts machen, Dashboards und Reportings, wenn wir das nicht analysieren und daraus Schlussfolgerungen ziehen, dann hat es alles keinen Sinn. Ja, fairer Punkt. Aber das tut ihr. Das tun wir. Ja, aber das ist natürlich auch ein sehr diskussionsreicher, oder es ist sehr diskussionsintensiv. Ja, glaube ich. Und das ist auch mal das Schöne, so über Daten kann man sich ja auch sehr viel streiten. Ja. Und was ich auch gelernt habe, Daten sehen auf den ersten Blick oftmals, geben ein bestimmtes Bild ab, auch eine bestimmte Handlungsempfehlung. Und es lohnt sich sehr häufig, dann auch nochmal tiefer ins Detail zu gehen. Also wenn wir zum Beispiel analysieren würden, funktioniert jetzt das Format besser als das Format und würden gar nicht berücksichtigen, welche Fangruppe das jetzt adressiert. Ob das ein Handball, Basketball oder Tischtennis-Fan oder Volleyball- oder Feldhockey-Fan ist, dann wird es wahrscheinlich so sein, dass wir manche Formate nicht mehr machen. Aber wir wollen genau auch diese Formate machen, weil wir ja damit eine bestimmte Fan- und Zielgruppe adressieren. Und das muss man immer berücksichtigen und das tun wir auch. Cool. Ich glaube, es ist auch nochmal dieser Kontext setzen und ihr macht es ja definitiv schon von Anfang an richtig, also der Fachabteilung das Werkzeug zur Verfügung zu geben, dann zu sagen, okay, wir bereiten die Daten anders aus, aber ihr kriegt sie wieder und sie müsst sie selber interpretieren. In größeren Organisationen kannst du natürlich dann achten, dass ein Analyst zur Verfügung stellt, der die Daten interpretiert und auch den Fachbereich kennenlernt. Aber umso mehr der Analyst am Fachbereich dran ist, diese ganzen Mechaniken versteht, versteht, wie das Business funktioniert, umso besser ist es. Weil viele Data oder viele Fachabteilungen beschwert sich, dass Data nicht die Definition versteht, das Fachbusiness nicht versteht. Auf der anderen Seite sagen viele, jetzt sehr pauschal, aber Data-Leute auch irgendwie, sie kriegen nicht so den Draht zu den Fachbereichen. Und ihr löst ja richtig, spannend kommt natürlich irgendwann ein Punkt, ich sag mal, Organisationen ab 100 Leuten baut man sie wieder um oder 120, wie ihr es dann versucht zu lösen. Ja, also ich glaube auch, dass da kleine Organisationen echt einen Vorteil haben, im Vergleich zu einer großen Organisation oder auch einem Konzern. Wir sind natürlich auch irgendwo Teil eines Konzerns, weil Axel Springer auch unser Hauptinvestor ist, aber erstens bekommen wir da auch wirklich sozusagen die unternehmerische Freiheit, das ist auch so ein bisschen eine Herangehensweise, die Axel Springer vorlebt. Und wir jetzt selber sind halt eine Organisation von 70 Leuten und auch, wir haben das jetzt alles aufgebaut innerhalb der letzten zwei Jahre. Und das ist wirklich sehr organisch in dem Sinne, das heißt, da gab es einen intensiven Austausch dazu. Und die Leute versuchen auch, diese Kultur zu leben. Und das ist ja auch schön, die sind ja alle in den letzten zwei Jahren dazugekommen. Und von Anfang an haben wir gesagt, uns sind bestimmte Sachen in der Kultur wichtig. Unter anderem ist uns wichtig, dass wir gerne zusammenarbeiten, dass wir auch ins Büro kommen. Das haben wir von Anfang an zum Beispiel auch irgendwie gelebt. Also es ist nicht so, dass wir kein Remote machen, aber die Leute kommen bei uns ins Büro. Wir haben auch gesagt, uns ist besonders wichtig, dass wir datengetriebene Entscheidungen treffen. Uns ist besonders wichtig, dass ihr Entscheidungsvorlagen macht und dann am Ende vor allem auch selber entscheidet. Also ich glaube auch, nach Ansatz ein bisschen als auch Geschäftsführung ist, wir wollen jetzt nicht jede Entscheidung irgendwie selber treffen, sondern wir haben von Anfang an gesagt, eigentlich müssen wir nur die Leitplanken geben. Und das ist, wie du beschreibst, Tools. Und dann müssen die Head-offs und die Verantwortlichen, die viel tiefer drin sind, eigentlich die Entscheidung selber treffen. Cool. Das ist ein guter Punkt, den ich nochmal mitnehme mit Leitplanken und Entscheidungsvorlagen so kreieren, dass sie im Besten selber getroffen werden können, die Entscheidung dann. Ja. Cool. Das hat es bei uns im Hintergrund hier geblitzt. Aber ich glaube, ich habe ein sehr, sehr guter Punkt und auch abschließende Worte von dir, um das Thema sozusagen nochmal ein bisschen näher zu beleuchten. Wie bei jedem Gast, man kann in ultra viele Themen nochmal viel tiefer reingehen, das mehr mal auseinandernehmen. Aber ich finde, es hat nochmal einen sehr, sehr guten Überblick gegeben, was ihr teilweise macht. Thema Leitplanken ist ein wichtiger Punkt. Infrastruktur. Welche Sachen habt ihr eigentlich sozusagen selber gelöst? Welche sind mit einem externen Dienstleister? Jetzt auch am Ende nochmal spannende Punkte, die du gesagt hast, Richtung Kultur, die mir mit umgegangen wird und spannend zu sehen, wo die Reise hingeht. Weil umso mehr Daten ihr ja später vor allem Kunden, Subscription ist ja sozusagen euer Kern, euer Gold, da wird, glaube ich, die meiste Musik drin sein. Absolut. Also wir sind ein total Subscription-Geschäft. Ja. Und unsere Fans und Zuschauer gut zu verstehen, darin wird ein totaler Kern darin liegen, wie gut wir in Zukunft das Angebot noch besser machen können und noch mehr Fans am Ende für unsere Sportarten begeistern. Und das ist unser Ziel. Also wir treten dafür an, Handball, Basketball, Volleyball, Tischtennis, Feldhockey und wer weiß, welche Sportarten noch alle dazukommen, populärer zu machen. Weil die haben es definitiv verdient, mehr Aufmerksamkeit zu bekommen und auch ein echtes Zuhause für die Fans zu haben. Denn die Fans gibt es und die lächzen mehr oder weniger danach, zu sein zu Hause zu haben. Cool. Ja. Die zwei Fragen, die ich jedem Gast immer am Ende nochmal stelle, bevor die, oder jetzt sollten dann die Gäste abonnieren drücken bei den gängigen Plattformen und auch gerne bewerten. Was machst du privat noch mit Daten? Und welchen Filmtitel passt bei dir recht gut mit dem Streaming würdest du deinem Data Game geben? Also privat mit Daten, die eine Antwort ist leider sehr, sehr langweilig, aber es bietet sich einfach an, ist mit Finanzdaten. Also ich sammle das auch an einen Finanzguru und schaue eigentlich monatlich darauf, so ein bisschen mein Haushaltsbuch. Das mache ich dann schon. Das macht einen nicht wirklich besonders attraktiv, dass man da so drauf guckt. Aber so ist es, da bin ich wahrscheinlich ein bisschen schnöde deutsch. Das ist gut, ja. In dem Sinne. Und das andere, ich treibe natürlich auch gern Sport. Ich glaube, du hast einen Garmin. Ja, genau. Ich habe einen Garmin. Wenn man in einem Sportunternehmen arbeitet, dann ist man auch selber meistens fasziniert davon. Und ich gehe laufen, mache Radfahren. Cool. Das sind so meine Hauptthemen. Und das macht natürlich mit Daten besonders viel Spaß. Also ich war früher, da habe ich Fußball gespielt, Tennis gespielt und viele andere Sportarten gemacht. Und da war ich immer, wichtig war irgendwie gewinnen. Und dieses Gewinnen und Verlieren und so, das fand ich besonders reizvoll. und Laufen war nie meine Disziplin, was ich irgendwie toll fand. Und ich habe dann in Berlin lange Zeit gewohnt und in Berlin habe ich den Berlin-Marathon mitgelaufen, weil ich das so eine faszinale Veranstaltung war, bin ich da mitgegangen. Und da habe ich mich zum ersten Mal nach außen gesagt, was Kilometer, Zahnlaufzeiten, Pace, Herzfrequenz etc. Was bedeutet das eigentlich alles? Und das macht aber an sich viel Spaß und daraus ziehe ich ganz viel Motivation, mehr Sport zu machen. Cool, ja. Ich selber sehe auch, dass du ein Whoop-Armband hast. Das ist ja auch so eine Alternative. Andreas und ich tauschen uns da auch. Also unser CEO immer sehr viel darüber aus, was man da für Daten erfassen kann, welche besonders gut sind und so weiter und so fort. Spannendes Diskussionsthema. Ja, absolut. Und das macht sehr viel Spaß. Und als Filmtitel, wir hatten damals auch so ein Motto, als wir angefangen haben mit dein, das sehr gut zu uns passte. Und das ist eigentlich ein Werbeslogan von Nike mit Michael Phelps. It's what you do in the dark puts you in the light. Also das, was du im Dunkeln tust, bringt dich ins Licht. Das passt einerseits, weil wir unsere Sportarten, mehr Aufmerksamkeit und eine Bühne geben wollten. Aber auch, weil wir als Startup sehr viel gemacht haben, bevor wir dann irgendwann am 23. August live gegangen sind. Und das betraf auch unser Data Game. Also unser Data Game war so, dass wir uns ein Jahr lang Gedanken gemacht haben, wie können wir das sauber und gut aufbauen. Und am 23. August, wo wir zum ersten Mal mit echten Kundendaten, mit Zuschauerzahlen gearbeitet haben, da hat sich dann alles verändert in dem Sinne. Und so würde ich unser Data Game bei deinen beschreiben. Fair. Ja. Vielen, vielen Dank für die tolle Folge. Vielen Dank für die Einladung. Hat großen Spaß gemacht. Cool. Was nehme ich aus der Folge mit? Ich glaube, total spannend ist, einmal zu sehen, was am Ende gesagt wird, das Kulturthema. Also wie enable ich überhaupt die richtigen Mitarbeiter, die Daten zu nutzen? Und wie schaffe ich es eigentlich, Selbstverständlichkeit das aufzunehmen, dass man genau weiß, welche Daten sind relevant? Habe ich die überhaupt? Was sind die nächsten Schritte, um es zu tun? Und auf Basis der Daten, die vorhanden sind, wirklich dann auch Analysen abzuleiten. Am Anfang war es spannend. Klar hätten wir immer wie immer tiefer drein gehen können, aber über das Thema Subscription und vor allem Kohortenanalysen, weil da sieht man doch recht schnell gute Insights, die man dann wieder nutzen kann, um Kunden zu segmentieren oder auch dann weiter sozusagen auszubauen, im Generellen aber zu verstehen, ob ich mir vielleicht pro Kohorte, also für einen bestimmten Zeitraum Kunden eingefangen habe, die vielleicht anders ticken als andere.